Da steht ein Avenger, wollte ich mal sagen, ne? Gegengeruht. Ja, das hab ich zwar... Das war das meine. Sieht zwar aus wie meine, ist aber nicht meine. Das ist meine. Wisst ihr, was ich komisch finde? Wenn du stillstehst mit der Avenger, siehst du, dass die Flügel am Rand rot sind. Und aber... Bist du des Hauses, ey. Stärke gar nichts. Du musst erst mal mit ihm stärker offleveln und schießen. Ich muss erst mal Sachen mit ihm aufleveln. Ja. Schießen levelt man auf, wenn man mich abschießt, ne? Nein! Zum Beispiel? Ey, nicht reden, du scheiß Charakter. Echt mal verpiss dich. Boah, scheiß NPCs, man. Evtl. Eоль, hier. Wo rennst du denn hin? Nein! Hier wird noch rollend einmal. Ah! Got ihn! Nein, da rennt mir jemand hinterher, Mami. Ich hab nur Schneebälle. Ja, ja, ist klar. Guck da. Still weg hier. Keine Ahnung, ich bin Spiderman. Komm her, komm her. Komm, du doch. Ey, da ist die Kops, 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 Kops. Soll ich sie wegsprengen? Ich spreng sie weg. Aua! Was war das denn? Anne? Jetzt musst du bei mir zu aufpassen. Wieso? Da unten rennt der. Der hat gesessen. Ja, hat er. Ich komm mal hoch. Jo. Nicht töten. Nö. Joks, Gangster! Ich hab nix gemacht. Joks, Gangster! Joks, Gangster! Joks, Gangster! Joks, Gangster! Ich hab nix gemacht. Ich wusste sogar noch, dass ihr... Ich wusste es innerlich einfach. Joks, Gangster! Joks, Gangster! Komm, du doch, ihr Scheiß, Kops. Joks! Du 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 du. Mann, jetzt ist schon wieder irgendwas an meinem Teppich schnell los. Hey! Joks, Gangster! ja aber ich habe einen stromkasten hängen ja nicht mehr zu wir halten jetzt hier oben ja genau wir beide ich werfe den bullen mit ein bisschen schneeballen ab genau ein schneeball der ist tot alles klar läuft bei ihm jetzt drei effekte effekte und ich jetzt runter geht ja sich denken es ist eine treppe du hast ihn schon öfter gekillt eigentlich bin ich der schuldige ich gucke gerade lieber anna zu die feuerwehrmänner stehen haus die wollen ganz bief krankenhaut ist das witzig und jetzt fängt er wieder boxen jetzt wieder boxen ja er boxt mich was los mit ihm und er ist tot hinter dir der nächste paramedic ja geil tschüss klatsch it's raining cars hallelujah it's raining guck mal zur linken seite hier alter ich hab einen bullen mit einem schneeball getötet drei sterne holy fuck guck mal da hin was ist denn hier für stau weißt du was aaah jeder fährt los als ob sonst was wäre euerwehrleute wo feuerwehrmanns ähm hä hä ich hab nichts getan warte anne nicht oh du hast perfekt getroffen ich fahre einfach weiter auch immer nur denkt mezzo will gleich verkaufen mini ja ich muss noch eine lieferung wagen wir haben halt zu lust hast nichts zu kielala wo kommt er denn her hau ab npc der rennt dir hinterher alles klar ich glaub der will dich aus dem wagen ziehen das ist ja ich glaube es ist irgendwie zu dick dafür jetzt stolpelt hier ist schon wieder voll der stau kann das sein ja ja ich weiß was dagegen hilft warte mal lass dich mal hier schnell rauf nein warte 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 ich wette der random zieht mich jetzt hier gleich raus naja eugen wird dich rausziehen warte 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 da fehlt ein flügel würde ich mal sagen warte ich lieg unter dem wrack und ich sehe nichts mehr auser hrrrrrrr warte ich steck hier drunter hast du gesehen was ich auf dich geworfen hab ich komme hier nicht raus du steckst ja eh fest also tschüss Warte 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 ich komme langsam aber das ist sicher raus jetzt sind danke vorwärts also da sind du kannst stopp dat vehicle we have to do a check with it warte guck mal guck mal du bist ich bin ein jackpilifer der steht hier einfach und guckt sich so an oh ja da liegt ein kollege der ist tot interessant ich reparier dich leute ich habe ihn repariert ihr könnt mir später danken das war mobbing ich schieße den Teppichschieß drauf das wird nicht zuerst getroffen die Rakete und der Schuss keine Ahnung der Schuss und dann die Rakete wo willst du mit dem Zeug hin auf euch geradeaus ziehen auf euch geradeaus ziehen dann fahren wir jetzt wieder auf die von 0 oh lol mit dem roten Eimer mit dem roten Eimer er landet er dreht sich schafft das er hat einen Flügel verloren schafft das vielleicht doch nochmal abzunehmen er schafft es hinter mir ja 3 Kilometer weiter ich rutsch immer noch und die Bullen gleich hinterher warte er dreht um lass mich den Schuss besitzen kindert tapta-rant- Judas da-ta-rant-ta da 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 scholarship da 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 jeder platziert jetzt unter mir noch mal an der weiß was ich vor habe aber abstand von den halten dass euch nicht selber umbringen dann ein bisschen weiter vorne oder gut geflogen ich bin fast auf mein bein gelandet